Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Conway Disappearance at Dahlia View. Wir sind mittlerweile bei den McKees zu Hause, bei unseren ersten Verdächtigen. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die letzten Folgen, da gab es halt diesen alles entscheidenden Abend. Ihr Mann, der Theo, mit einem Teppich irgendwas eingerollt, hat irgendwas erschlagen mit einem Fleischklopfer und dann ganz, ganz schnell zum Auto gebracht. Und blöderweise war genau just in diesem Moment der Nachbar draußen unterwegs. Und von ihm ist das Kind ja verschwunden. Charlotte May Morgan. Und da hat Annabelle nicht gezögert und ihn schnell mal abgelenkt, damit er von dem Ganzen nichts mitbekommt. Von dem Teppich und so weiter und so fort. Also wirkt natürlich auf den ersten Blick sehr komisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt schon unsere Täter gefunden haben. Aber mal gucken. Wir haben uns da in der letzten Folge nochmal ins Klo gerettet. Ja, müssen wir jetzt erstmal hier vorspielen, auf dem Klo zu sein. So. Was haben wir da? Ein Brief. Oh, guck mal. Mhm. Brief eines Arztes an Mrs. A. Mackey. Bezug nehmen auf unsere letzte Sprechstunde muss ich Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass Ihre Unterleibsschmerzen höchstwahrscheinlich auf Komplikationen während der Frühphase Ihres ersten Schwangerschaftsdrittels zurückzuführen sind. Ich würde Ihnen dringend einen weiteren Termin bei mir ans Herz legen, damit wir darüber reden können, dass es unter Einbeziehung aller Gesichtspunkte sicher ist, dass Ihre Schwangerschaft nicht erfolgreich verlaufen wird. Bitte rufen Sie sobald wie möglich in der Praxis an, um einen weiteren Termin zu vereinbaren, mit freundlichen Grüßen, Dr. Smith. Hm. Können wir das Ding fotografieren? Das ist eine Dr. Smith adressiert zu Annabelle. Ihre Schwangerschaft wird nicht erfolgreich verlaufen. Gefundene mögliche Beweise. Und diesen Brief hat sich zerknüllt und in den Mülleimer geworfen. Hm. Interessant. So. Händige Waschen haben wir. Können wir da oben vielleicht noch reingucken? Na, was gibt's denn da Schönes? Oh. Mr. Conway? Kann ich Ihnen einen Kuss Tee offeren? Ein Stück Zucker, zwei Stück? Nö, zwei Stück. Yes. Two sugars. Wäre eigentlich komplett egal gewesen, was wir jetzt da auswählen. So. I thought she'd never leave. Was haben wir denn da Schönes? Parfum, Parfum, Parfum. Die Sprays, die sind interessant. Denn mit diesem Spray hat sie nämlich auch rumgesprüht. Spruce, eher Lavendel. Eher Freshener. Das war das Ding. Point away from phrase when spraying. Keep out. Huch. Keep out reach. Was? Of small children can be fatal when directly inhaled. Store out of direct sunlight. Okay, also die üblichen Warnhinweise. Aber mit denen können wir nicht viel anfangen. Ein bisschen Toilettenpapier. Die Parfums. Auch mit denen können wir wahrscheinlich nicht wirklich was anfangen. Nicht wirklich was tun. Da haben wir eins neben dem anderen rumstehen. Aber vielleicht die Eintrittskarte? Von Mrs. McKee. One Day Peak Time Return. Eine Fahrkarte. Am Dienstag, den 22. Juni. Ein Tram-Ticket. Wurde aber anscheinend noch nicht entwertet. Die Bestand ist aus der Stadt. Annabelle hat sicherlich dieses Tram-Ticket nicht benutzt. Aber warum legt man das denn in den Badezimmerschrank? Das passt ja da überhaupt nicht hin. Da haben wir die Seife, aber auch mit der werden wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Die liegt da nur rum. Bei dem Parfum was Spannendes dabei? Nee. Na gut. Dann glaube ich, können wir das Bad verlassen. Ich denke mal, hier werden wir keine Hinweise mehr finden. Auch da oben nicht. Im Klo wird es vermutlich auch nichts geben. Den Deckel können wir sowieso nicht aufmachen. Na gut, wir haben vorgespielt, am Klo gewesen zu sein. Zu lange sollten wir uns auch nicht Zeit lassen. Dann gehen wir wieder. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Was you going to tell me what you were doing on the night that Charlotte May was taken? I've been thinking about it and there's not much to say. Literally anything would help. Well, I remember it clearly. I think everyone here knows exactly where they were. It was so shocking. I'd made Theo his tea in the afternoon at about three and wrapped it up for him to have later. He was working all day over at Levy's garage and performing later that night. I went to the shops at some point, I think. I didn't see Charlotte May at all that day and I was out of town for most of the night. I think the last time I saw her was on the Wednesday. She was playing outside between her homeschooling, as I recall. Also vier Fragen, die wir stellen können. Abendbrot am Nachmittag. Warum denn so früh? Würde sich leicht erklären lassen. Er kommt von der Arbeit nach Hause und hat dann noch einen Auftritt. Wann anders kann er eben nicht essen. Welcher Auftritt? Um welchen Auftritt ging es denn da? Wo hat er möglicherweise seinen Auftritt gehabt? Wo ist denn die genaue Location? Was heißt, Sie haben sie nicht gesehen? Und wann haben Sie denn sie zum letzten Mal gesehen? Vier wichtige Fragen. Und wir fangen mal von hinten an, würde ich sagen. I'll stop you there, if you don't mind. Instead of when you last saw her, I think it would be more beneficial to talk about what you and your husband were doing whilst Charlotte May was being taken. Right. I see. What time was that? You don't remember clearly. I was sitting in my flat at the time. Ten o'clock is when I first noticed something was happening. I had a good view from my window. I imagine you'd have a good view from your kitchen window also. Perhaps even your pantry. Actually, Mr. Conway, I'm sorry. I feel awfully uncomfortable talking about this, without Theo here. I think it's best I don't answer anything he might object to. You're right. I completely agree. He usually takes his break around now, does he not? Perhaps. Would it be possible of you to go and get him so that we might continue the conversation? I don't think that's a good idea, Mr. Conway. In fact, I think I'd feel better if we ended the conversation here, if it's all the same to you. No, you're right. If you don't feel it appropriate, then best not to bother him. Thank you. I was hoping to clear it all up today, you see. I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after, or even the day after that. It's not in my character to be a nuisance. However, I did promise Mr. Morgan. Perhaps I'll return later on. Wait. If it's not going to take too long, I could fetch him now and we could resolve the matter. Mrs. McKee, if you would do that for me, it would put Mr. Morgan's mind at ease, I'm sure of it. Oh, Christ. Okay, well, I think it's best you come with me. I fear I'd only slow you down. The stairs, you see. No, I'll wait here for you to... Fine, just... wait here. Na, da haben wir ja schon mal ein paar Möglichkeiten, um uns umzusehen. Ich hoffe nur, wir können jetzt die anderen Dinge auch noch fragen, die wir hier als Möglichkeit gehabt hätten. Ich habe jetzt einfach mal das letzte gefehlt, weil das eben das gewesen wäre, was uns am weitesten Hinweise bringen könnte. Der Mut, der seinen Auftritt gehabt hat oder warum er Abendbrot am Nachmittag ist, ist ja eigentlich im Endeffekt erstmal wurscht. Ich hoffe nur, wir können die anderen Fragen auch stellen und ich hoffe auch, ich habe jetzt nicht, weil ich das letzte gefehlt habe, die anderen gleich mal alle blockiert. Dann würde ich nämlich nächstes Mal natürlich gerne von vorne anfangen. Aber egal, das ist jetzt mal Geschichte und jetzt können wir uns hier umschauen in der Wohnung der Mackies. Aber wir dürfen uns auch hier wahrscheinlich nicht zu lange Zeit lassen, denn die wieder nicht Ewigkeiten brauchen, um ihn zu holen. Wir gucken mal. Erstmal natürlich gleich mal hier hin. Wir haben da draußen immer noch die Polizeiautos. Die Polizei ist noch hier. Ich hoffe, Catherine hat mich nicht so gesehen. Außen natürlich da drüben die Briefmarke. Briefmarke 3 von 4 in diesem Kapitel. Nehmen wir natürlich gerne mit, wie sieht es hier generell noch aus? Da ist der Tee, der kühlt gerade ab. Hm. Sie hat mir nie diesen Tee gemacht. Das kommt vielleicht noch. Warten wir mal ab. Zwei Stück Zucker, haben wir gesagt. Wird noch vier Stück Zucker sagen sollen. Dann sind wir, glaube ich, zuckerkrank nachher. So, was gibt es da oben? Ein Zettel? Mhm. Erstmal lesen. Notiz von der Reinigung. Dampfreinigung und Reparatur. Riverport. Mrs. McKee. Ich habe alles getan, um den Rotweinfleck aus dem Teppich zu entfernen. Ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr für Sie tun kann. Das war wirklich ein hartnäckiger Fleck, aber jetzt ist er kaum sichtbar. Der Teppich sieht wie neu aus. Vielleicht können Sie ihn zurückgeben und einen neuen bekommen? Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr helfen konnte. Schreibt zu. Der Rotweinfleck aus dem Teppich. Rotwein könnte natürlich auch Blut bedeuten. Ich vermute mal, es geht hier um den Teppich. Um den besagten Teppich nämlich, den Theo da herausgebracht hat. Ein Ruck hat verlebt. Das gleiche, den sie letzte Nacht erholt haben. Mhm. Die Daten sind nicht zusammen. Okay, die Dates matchen nicht ab. Das heißt, es war dann wohl nicht genau, also es war schon der Teppich vermutlich, aber nicht dasselbe Datum. Interessant. So können wir da sonst noch was untersuchen? Ich glaube fast nicht, oder? Ne, da drüben nicht. Wie sieht sie aus? Da ist der Tee, da haben wir den Vorhang, da könnten wir das Wasser wieder aufdrehen, da haben wir eine Tasse, wobei wir da wahrscheinlich auch nicht wirklich was anfangen können damit. Eine schöne Tasse. Da haben wir das besagte Messer. Annabelle war das letzte Nacht. Es sieht nicht, als ob sie es benutzen konnten. Und da sieht man mal eben, wie wichtig es auch immer ist, auf die Sachen drauf zu klicken, weil eben hin und wieder mal ein Satz fallen könnte. So, mit den Tellern können wir nichts anfangen, aber da drüben möglicherweise ungesalzene Butter, da haben wir Eier, da drüben ist das Brot, aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, das wir dringend brauchen würden, oder? Ich gucke nochmal ganz kurz. Ne. Schaut jetzt nicht so aus. Da oben ist dann glaube ich irgendwo, Entschuldigung, der Schlüssel. Bevor wir den Schlüssel holen, würde ich mich ganz gerne noch überall sonst umgucken, denn ich habe das Gefühl, der Schlüssel ist so circa das letzte dann. So, ein Rezeptbuch. Downs Family Recipes to my darling Daughters Annabelle and Shirley Love Mom. Ein Familienkochbuch für Familienrezepte der Downs für meine lieben Töchter Annabelle und Shirley. Shirley ist ja die, der das Papp gehört, mit Liebe Mama. Verschiedene Rezepte. Und eine Zeitschrift. New Age Woman How to maintain your home and marriage. Wie man das Zuhause und die Hochzeit, die ihr gut managen kann. 10 Recipes that really pop at any party. Ach ja. Man merkt, wir sind in den 50er Jahren unterwegs. How to make that old dress look like 100 pounds. Gossip Section in back in back 3 pages. New Age Woman Editorial Volume 25 Get older volumes at your favorite stores in England. Okay, ein Frauenmagazin. So, irgendwas anderes öffnen können wir hier nicht. Das war's dann, glaube ich, im Großen und Ganzen. Was diese Seite hier anbelangt. Mit wem hat sie den Domino gespielt? Können wir nicht rausfinden? Ha, ich hätte gerne einen Hinweis, dass da steht, hier gibt's nichts. Geh weiter. Aber wenn wir da drauf zugreifen können und nichts sehen, dann habe ich immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Können wir denn in diese Richtung weiterrollen? Ach, tatsächlich. Guck mal. Was haben wir da? Dinner mit Shirley am 1. Shirley und Annabelle sind sehr nahe. Sie treffen sich jede Woche. Am 1. Juni 1954. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Lord of the Rings Book Out Today by 4N Der Herr der Ringe. Cool. Dinner with Shirley. Okay, die haben wirklich jeden Dienstag ein Dinner. Geektime changed to 8PM. Also, komisch. Die haben jeden Dienstag ein Dinner und der 22. ist ein Dienstag und jetzt hast du gerade noch gesagt, naja, eigentlich kann ich mich ja überhaupt nicht daran erinnern, was ich damals gemacht habe am diesen Dienstag. Theo ist ein Performer. Am 12. Am Samstag Pick up New Ration Card Am 30. ist ihr Geburtstag Cousin Ellie Christening St. Michael's 10AM Und da haben wir eben am 22. Gigtime changed to 8PM. Gerade da hat sie anscheinend kein Dinner mit Shirley gehabt. Auftritt auf 15 Uhr verschoben. Da steht doch 3PM auf 15 Uhr verschoben der Auftritt. Sie hat doch Mittagessen gemacht äh ein Abendbrot gemacht für ihn. Interessant 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 Wirft natürlich Fragen auf. Wo kommen wir da denn bitteschön hin? Okay wir können da noch nicht rein. Möglicherweise später irgendwann mal. So wo geht's dahin? Was wir uns da alles anschauen können bitteschön. Noten Sweetness had to die Na Glückwunsch Something in my mind knows I was wrong I know I shouldn't have done it Now you're gone Sweetness had to die My love said goodbye Now all I have is my guilt and this song Neuer Biografie Eintrag Theo McKay Theos Noten lassen darauf schließen dass er jede Menge Schuldgefühle hat Fühlt er sich womöglich wegen Charlotte May schuldig Na ich glaube nicht dass das jetzt von jetzt erst stammt Zahlen Kombination die wir noch nicht wissen Die Wohnung der McKees durchsuchen Ich sollte die Wohnung nach Dingen durchsuchen die ich für mein Beweisbreit brauchen kann solange Annabelle Theo holt Der Cellokasten ist abgeschlossen Was befindet sich später nochmal zurück kommen Interessant 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 Freunde 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 Was wir da alles rausfinden können Und wie lang holt ihr den denn bitteschön Eine Gaslampe Na gut rollen wir mal ein bisschen weiter Da unten liegt das Brennholz Und da bekommt man gleich eine neue Aufgabe und zwar im Kamin liegt ein verbrannter Zettel Ob der wohl von Belang ist Da liegen überall die Zettel rum am Klo im Kamin und so weiter und so fort So aber sonst nichts zu finden im Brennholz So mal schauen wie es da aussieht My Recordings unterbrochene Schallplatte Need to go back Ach die können wir einfach mitnehmen die Schallplatte Bisschen offensichtlich oder Sonst können wir auch hier nichts mehr tun Also wenn die jetzt zurück kommen und wir sind auf einmal da hinten dann haben wir den Arsch offen Definitiv inspizieren draufstehen tut nichts Hallo Nein passt schon Hallo Hallo ich wollte das drauflegen ich weiß natürlich nicht wie ich das Ding da benutzen kann sieht nämlich ein bisschen schwieriger also es sieht nicht so schwierig aus wie es ist so nicht oder es so sie sagt sie 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 If my baby really cared for me, she wouldn't leave me feeling blue. Theo, where have the pencils gone? Annabelle, you can't hear I'm recording. Sorry, I don't know the difference, you know that. Well, check next time. These vinyls are too expensive to waste. Theo, all I want is a pencil. Try the living room. Oh, why do you need a pencil? Oh, dear Lord. I'm going to start this whole thing again. Heutzutage ist ja schon einfacher. Kann man einfach in der Destiny sagen, löschen und es geht von vorne los. So, was haben wir hier denn schönes? Eine Holzschnitzerei. Mhm. Dann haben wir da den Cello-Bogen. Könnte als Waffe durchgehen fast schon. Können wir auch mitnehmen, so wie es aussieht. Interessant. Vielleicht können wir mit dem ja im Feuer rumstochern. Wir haben einen Jambi-Trommel. Ja, aber mit dem können wir nichts tun. Trommeln können wir nicht. Ach du Scheiße. Das ist ja schon Neujahr 22 Jahre hier. Charlie Ray, Tulsa Brothers, Lenny and the Troop, The Spooks, The Underbelly, Billy Baggage und CJ Chapman waren damals dabei. Ach so, warte mal. Haben wir noch was anderes? Was wir anschauen können? Ein paar Bücher sind da oben noch und da unten ist nichts mehr. abgesehen von dem Cello hier drüben, wo wir ja möglicherweise den Bogen dazustellen könnten oder auch nicht. So, wie schaut's da hinten aus? Boom. Locked. Wie sieht man einen Pianofrante aus? Eine gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Aber warum liegen da so viele Zigaretten rum? Sollte man nicht gerade auf so ein Klavier ein bisschen besser aufpassen? Er ist ein Schloss. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist nicht expensive, weil ganz ehrlich, da sind die Abdrücke von Gläsern, da oben liegen die Zigaretten rum. Da vorne ist das Essen. Hm. Also der hat sich auf jeden Fall sehr in seine Arbeit gestürzt. ein Whisky-Glas. Ungelesene Eindring auf dem Notizblock. Welcher denn schon wieder? Achso, von Tio. Tio hat ein Talent für Musik, das er mit seiner Arbeit für Harold Levy vielleicht verschwendet. Naja. Kommt immer drauf an. Vielleicht ist er das Mittel zum Zweck. Man muss eben auch Geld verdienen, wenn's vielleicht noch nicht so ganz funktioniert. Mit dem Durchbruch. Schönes Windspiel auf jeden Fall. Ja, was du kennst. Ah. Stimmnagel haben wir hier. Okay, ich dachte, das ist vielleicht der Schlüssel, um das Ding aufzukriegen. Noch ein neuer Hinweis. Auf der Klavierklappe lag ein Stimmnagel, den ich noch gebrauchen kann. Wozu auch immer. Also wir räumen eben gerade die gesamte Bude um, hab ich das Gefühl. Kann man den wieder raufklappen? Leider nicht. Aber wie man das Ding hier öffnet, ist ne gute Frage. Something blockiert diese Kälte von der anderen Seite. Natürlich. Neue Aufgabe. Blockiert etwas von innen die Klaviertasten. Ah, ich bin ein Meisterpianist. So, was haben wir denn da oben? Ah, Steckplatz. Na, guck mal mal, ob da vielleicht der Cello-Bogen reinpasst. Nee, vielleicht das hier. Ja. Na, hört sich ja schon mal ganz anders an. Nice. Wir wissen aber weiterhin noch nicht, wie wir das Ding aufbekommen. Hauen wir einfach mal ein paar Mal dagegen. Ah. Ah, ein Geheimversteck. Geld. Im Klavier. Bank of England. 45 Pund. Wenn ich ein weniger Mann wäre, würde ich es nehmen und lebe es für den Rest des Jahres. Aber es gibt keine Chance, dass Theo's Boss ihm so viel betrifft. Aber es gibt keine Chance, dass wir es für den Rest des Jahres erledigen. Ah, 45 Pfund sind jetzt nicht unbedingt die Welt. Ich meine, damals hat das Ganze natürlich anders ausgesehen. Aber 45 Pfund, hier versteckt zu haben, wenn wir da jetzt 45.000 Pfund finden, das wäre natürlich wieder was anderes. Aber das ist hier... Naja. Geld für zwischendurch. So fair müssen wir sein. Könnt man auch mitnehmen. Vielleicht als Belohnung für uns. So, das war es dann hier. Wie sieht es denn jetzt aus? Blockiert wird es von innen die Klaviertasten. Das hätten wir schon mal erledigt. Aber wir sollten vielleicht mal wieder die Platte davor stellen. Sonst fällt das zum Schluss auf, dass wir hier waren. Wäre, denke ich mal, eine gute Idee. Raustun können wir das Ding sowieso nicht mehr. Na gut, Ermittlungen beenden. Ich glaube, das war es dann hier im Großen und Ganzen. Und ich würde mal sagen, das war es dann hier auch im Großen und Ganzen, was diese Folge betrifft. Denn weitermachen werden wir dann in der nächsten Folge. Ein paar Ziele haben wir ja noch. Wir müssen den Cello-Kasten aufschließen irgendwie. Das heißt, wir brauchen einen vierstelligen Code. Und im Kamin liegt auch noch irgendwas rum. Ein verbrannter Zettel. Den könnten wir uns ja vielleicht sogar mit dem Cello-Bogen holen, den wir eingesammelt haben. Mal gucken. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde bei Let's Play Conway Disappearance at Dahlia View. Bis dahin. Tschüss.